hallo ich glaube ich habe mein letztes style und talk auch schon und wir haben auch das letzte mal schon darüber gesprochen dass ich weiß nicht wie viel wie lange vergangen aber ich habe anderthalb kilo offiziell abgenommen was okay ist ein bisschen getränk es hat so angenehm hat wirklich das mit der form wie ich es mache zu machen sprich etwa 500 kilokalorien ins defizit zu gehen weil 7000 kilokalorien sind ein kilogramm körperfett und in der letzten messung hatte ich ja 1,9 kilo fett zugenommen und das sage ich jetzt explizit so weil man darf nicht so viel auf das thema wie wiege ich setzen denn es macht sich natürlich auch das wasser auf der waage bemerkbar aber bei mir was kein wasser woher weiß ich das weil ich mich mit einer spezialwaage habe mir wiegen lassen das mache ich so alle acht wochen und das hat beim letzten mal echt enorm in die hose gegangen wir fangen mal an damit ich habe ein bisschen was neues das sollte ich jetzt als nächstes mal ersetzen ich dazu komme heute stellt es nicht scharf dann halt nicht dann halt nicht ich weiß warum es nicht ausstellt ich habe mein licht vergessen anzumachen moment ich habe das letzte mal sehr sehr viel zum thema protein von euch zugeschickt bekommen danke dafür aber ich weiß wo protein drin steckt das ist nicht mein problem das essen ist mein problem ich habe zum beispiel für mich so gut in waffen entdeckt die kann man nebenher snacken ist natürlich auch in summe gerechnet voll okay wenn man es als snack rechnet aber mir fällt schwer so viel protein zu essen ich habe da kein spaß dran ich habe mir jetzt wieder so nudeln kichererbsennudeln gekauft die funktionieren auch recht gut und ich träge ja immer wieder heute träge ich mal nichts ist immer noch mal wochenende ich will mich nicht so sehr auf diese trackerei versteifen wenn manche sachen etablieren sich oder verfestigen sich halt auch das hat auch wichtig dinge zu machen die sich halt ins leben integrieren lassen so blöd ist das hat immer so das hat nun mal so denn das prinzip hinter weight watchers ist im endeffekt auch kalorien zählen nur man hat man hat bei weight watchers ist ein komisches punktesystem das kann man aber auch wie gesagt mit kalorien zählen machen und wenn man seine kalorien zu weit nach unten fährt dann nimmt man zwar am anfang schneller aber der stoffwechsel etabliert sich halt auch nach unten weil er dich ja auch beschützen möchte dass du nicht verhunger auf das ganze ist ein ganz normaler mechanismus und zwar bei mir früher enorm schlecht jetzt habe ich wieder einen grundumsatz durch die über zwei kilo muskeln die ich dazu verdient habe sieht man übrigens auch auf der waage aber nicht alles was ich zugenommen habe das muskel und dadurch habe ich halt einen besseren stoffwechsel und das hat das geile am training im gym wenn du die muskeln dazu verdient das hat richtig gut für einen stoffwechsel ich bin gespannt bei der nächsten messung nicht dass rauskommt dass ich muskelmasse verloren habe das wäre richtig scheiße denn das will ich natürlich nicht ich habe neue paletten einmal die hier und einmal die hier das von rivalde lobe letzt bei der letzten bestellung mitgekommen ich kann nicht wirklich viel zu der palette sagen außer dass ich ein bisschen rum geswatcht habe bei der kleineren noch gar nicht mal ja ich muss jetzt bei den lidschatten noch mal aussortieren beispielsweise diese wo ich vor den alverde aber die ist ja schon steinart merkt man auch da schon richtig viel raus dieser und die gibt es ja in der form nicht mehr und manchmal fangen auch so lidschatten an komisch zu riechen da ist es jetzt noch nicht der fall aber wie ihr wisst wechsle ich inzwischen mein zeug aus weil das halt nicht so toll ist also sich abgelaufene sachen ins gesicht zu schmieren ist halt super schlecht für die haut und ist natürlich auch für die schatten aber nicht so sehr wie für creme produkte und ich habe echt enorm viel von damals weggeschmissen weil das halt einfach auch nicht mehr gut ist noch nicht mehr gut war ja weggeworfen creme produkte wie das hier habe ich glaube noch nie geschafft leer zu machen aber muss muss ich halt auch ab und an mal das merkt dann sie sich so ein bisschen verändert das muss halt ab und an dann schon auch mal ausforschen das ist dezent verblenden verblenden die verblenden so der browser von mir der ist halt echt so groß ich lerne was mit dem man konturieren kann und ich bin veganer und sprich das produkt sollte dann nach möglichkeiten vegan und tierversuchsfrei sein das wäre ganz tolle so wunderbar wir könnten noch mal mit dem drüber gehen fängst du so ein bisschen ab super heute einer im sport den sie hier schon seit zwei tagen älterer her garten hat schul ich sag euch der trainiert alt macht alles falsch ich bin jetzt auch kein spezialist na also das will ich jetzt hier nicht raus hängen aber man sieht hat schon dass er hat keine ahnung hat das wäre noch nicht mal das aller schlimmste nein sondern der reinigt halt die sachen nicht das finde ich viel beschissener so wisst ihr wie ich meine wenn ihr an maschinen seid bitte reinigt doch verdammt auch mal die maschine aber nein ich glaube das kommt gut ich mache das was ich normalerweise mit einem eyeliner mache heute mal mit einem dunkelbraun lidschatten ich habe mir überlegt heute gar nicht mal so mega viel zu machen nur so ein bisschen also das auge gut neuf glaube ich einen das dormir ich ist sie ich habe mir auch eine neue mascara gekauft die ich jetzt noch nicht einmal verwendet habe ich gerade überlegen schwarz schwarzer kajal passt dazu jetzt gar nichts weg dort lasse weg die mascara hier in altera bei diesen naturkosmetik mascaras kann durch immer sicher sein ist kein mikroplastik drin aber die sind dann halt so von der art und weise wie sie halten nicht sogar ich mag die erst wenn die so ein bisschen älter sind ich sage immer so schön an der stelle würden es andere wegschmeißen da finde ich sie immer richtig gut die naturkosmetik sachen die halten natürlich nicht so gut und was mikroplastik betrifft oder angeben ein kunststoff ist eben die dekorative kosmetik immer noch die allerschlimmste und wenn ihr euch mit inhaltsstoffen nicht so auseinandersetzen wollt also heute bin ich so ein bisschen ich weiß jetzt schon dass mir oben an den augen schwarzer wand fehlt glaubt nicht dass das für mich standard wird aber ich glaube ich mache mir noch einen schatten auch da irgendwie lust drauf ein leichtes braun diese kleine palette hier so was ganz 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 leichtes wie das hier ich hätte mir einfach gedacht sei du brauchst mal ein paar brauntöne mehr denn ich habe halt nur vier stück noch und dann habe ich halt noch ganz farbige sachen und auch dieses mega farbige sachen und auch das finde ich eigentlich ganz gut gefällt mir harmoniert dann auch so dass sie mit dem was ich am auge gemacht habe das hat sich gerade so ein bisschen verloren angefühlt da bin ich okay mit da bin ich richtig okay mit die farben sind in der palette meistens max in der anderen sind ein paar schimmern aber auch überwiegend matte lidschatten damit bin ich okay also 1,5 kilo abgenommen was ganz gut ist ich mache auch ein bisschen mehr sport habe ich übertreibe es halt auch nicht und heute darf ich essen heute werde ich so eine geile pizza erstens gedeutet nicht wahrscheinlich freundlich jetzt schon wird schon länger keine pizza mehr gehabt ich sage danke fürs einschalten schön dass du wieder dabei warst mein koni ist etwas zu lang kleiner gibt dem video gerne einen daumen nach oben und hinterlassen ein kommentar ich sage danke fürs einschalten bis zum nächsten mal tschüss